Lieber Dr. Lück, Sie machen hier in der Biotiklinik die Narkose. Welches Narkoseverfahren wenden Sie hier an? Wir haben uns auf die Tiva versteift, weil sich herausgestellt wird, dass man sich danach am schnellsten erholt. Was die Übelkeit betrifft, ist es sehr selten geworden. Tiva, totale intravenöse Anästhesie mit Prokofone, Dremi, Fentanyl, sorgt dafür, dass man kaum noch Übelkeit hat. Hundertprozentig versprechen kann man es nicht. Gibt man prophylaktisch noch ein Anti-Emetikum, also ein Mittel gegen Übelkeit dazu, ist es fast ausgeschlossen, dass man sich hinterher schlecht fühlt und Übelkeit entwickelt. Was ist der Unterschied zu den Narkosen früher? Können Sie uns das kurz erläutern? Früher waren die Narkosemittel sehr lang wirkend und hatten auch nach Beendigung der Narkose ihre Wirkung. Die ist sicherlich nicht so ausgeprägt wie in der Narkose selbst, aber es gab dadurch viele Nebenwirkungen, die auch die Überwachung hinterher komplizierter machen. Was ist eigentlich eine Lama und können Sie uns vielleicht so etwas nochmal zeigen? Wir machen mit einer Larmenswaske Narkose und zwar um die Atemwege freizuhalten, weil man ja während der Narkose naturgemäß bewusstlos ist. Das ist eine schonende Methode, weil man nicht mit der Stimmritze in Berührung kommt, das ist besonders für Berufe wichtig, die sprechen müssen, Fortbildung machen, Lehrer, Schauspieler oder Sänger. Für langwierige Narkosen nimmt man dann doch den Togus, weil die Atemwege dann noch sicherer sind. Oder man nimmt den Togus, wenn eine komplizierte Lagerung zum Beispiel auf dem Bauch erforderlich ist, weil man dann an den Atemweg nicht mehr so richtig reinkommt. Und da ist dann der Togus das sicherste Verfahren. Wunderbar, dann danke ich Ihnen für das Interview. Vielen Dank. Vielen Dank.